shop update, hallo leute ja, nach keine ahme wieviel monaten ich gehe mal stattgefunden aus von etwa etwa so vor 6-5 monaten war ja mal der Teenage Mutant Ninja Turtles Battle Pass, also Mini Battle Pass und da konnte man Shredder und Super Shredder bekommen so jetzt sind die im Shop drin Shredder, normal Lego Variante Super Shredder Lego Variante dann Pick Eggs Stahl Krallen von Shredder oh es ist nicht alles drin von Super Shredder zum Beispiel die Pickaxe sind nichts mit drin Shredders Umhang und Super Shredders Umhang also von Super Shredder die Pickaxe sind nicht drin also ich ich meine es gab auch kein eh Dings kein ingame Emote wo man das mit dem machen kann nein nein und zwei Emotes fehlen wahrscheinlich kommen die kommt das irgendwie später noch oder gar nicht dann noch die vier anderen Emotes von den Teenage Mutant Ninja Turtles selbst noch aber die wahrscheinlich auch nicht drin so was haben wir dann Leonardo Lego Variante so 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 Miller so 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 Ja, wir haben uns in der Hals. Dann haben wir den Bullgroß. Bullshut. Dann haben wir den Hals. Dann haben wir den Hals. Dann haben wir den Hals. Das ist das. Das ist das. Und dann diese Instrumenten. Das ist das. Jamsong und alles Untergrundmusik. Der ist von Epic Games selbst, deswegen ist der hier nicht Copyright. Schade, dass es nicht hier parkiert mit drin ist. Das ist das. April O'Neil. Channel 6 News, keine Ahnung. Heldenpanzer. Spreys drauf machen. Ich finde es schön, wie mein Headwittels. Keine Ahnung. Zeitwittels so. Rafa's Tag. Offenbartes Garennis. Leos Tag. Abgeführlich. Eickey Stark. Channel 6. Donny Stark. Saturnstelle. Splitter. Sieben ist so viel. Er ist nicht ein Paket. Ich glaube, es gibt noch alles nicht mehr. Ich frage mich, wann es so weit ist, dass wir hier diese weibliche Ninja Turtle da bekommen. Wie den? Ach. Teenage Ninja Turtle. Ich weiß es über Kanon ist. Ich weiß es nicht. Da kam mal eine Serie vor. Und hier den Freund von Apple. Oh ne, dieser Typ, der erschien. Was war das noch zu wissen? Bin dann gespannt, ob die 2 Skins auch reinkommen. Irgendwann mal. Diese Witcher Skins. Jennifer von Wengerberg. Vogelschädel. Jinnifers Megascope. Und Schwarze Flüge. Ich frag nicht, ob da noch mehr kommt, weil da gibt es noch so viele aus dem Witcher-Universum eigentlich. Nicht nur die... Was für als nächstes. Wahrscheinlich Triss. Das Merigold. Wahrscheinlich als nächstes drin. Dann von Geralt. Vielleicht noch eine Art Reskin. Je nachdem. So, den haben wir hier. Ciri. 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 Das Schwert. Da ist auch das Schwert. Oh ja. Fehlt mir noch ein Eredin. Vielleicht kommt da noch rein. Das wäre cool. Oh, was ist das? Eredin? Imlaritz vielleicht noch? Den anderen weiß es nicht wie der heißt. Die könnten vielleicht reinkommen. Wenn die überhaupt drei kommen. Ein Spider-Man. Mit Fan-Skelett J. Da oben. So was sind. J. Baby. Deadpool und Wolverine. Mit Marvel Sachen. Lady Gaga. G. G. Alles voll mit Kooperationen. FNCS Sachen sind wieder da drin. Champion Sirene. Messe der Mutigen. FNCS. Spieltag. Find the Fury. Als Jamzeugen. Und als Hintergrundmusik. Dann. Champion Sirene. Wettkampfklinge. Nicht als Vaketis ne. Kosmische Unendlichkeit. Wettkampfklinge. Das heißt jetzt den nächsten müssen dann die ganzen anderen FNCS Skins zurückkommen. Und neue. So was wir hier haben. Wettkampf. Rückstoß Reaktor. äh, Champions Roads, Weltkönig noch dran, hier dieses, äh, Salmoth, dann haben wir ein neues Paket, oder altes Paket, war ja glaube ich schon letztes Mal dran, ne? Tiefsee Paket, Stechrocken, Montau, Bullenheil, Pass auf Bullenheil, Heiton, Seegel, Unterwesbar, das jetzt hässlich ist, Tiefsee, ne Haifisch Gewässer, äh, und, Deskin war über 300 Tage anscheinend nicht mehr drin, Roséja, ich hätte auch ne Lego-Variate bekommen, bitterböse Glätter, Kneifkoil, aber auch wahrscheinlich 300 Tage, jetzt nicht mehr drin, Dreckdecker, und, Fuss. Und, I dreamst, like, son? Das war's für heute. So, jetzt kommen wir nix mehr rein. Puh, viel drin, viel Kooperation und sowas. Sehr viel drin, wirklich. Mega viel drin.